Hallo zusammen, ich bin Lena Hecke-Gross und ich bin Bietlätin und wir machen heute zusammen Sport und zwar habe ich gedacht, wir machen heute ganzkörperübungen. Die erste Übung, die wir heute machen, ist Kniebüge mit Schulter ausdrücken. Dafür könnt ihr einfach irgendwo hinstehen, am besten geht ihr in einen schulterbreiten Stamm und hier ist wichtig, dass man mit den Schultern ausdrücken und die Arme nach oben strecken. Um es ein wenig anstrengender zu machen, wenn einem das zu einfach ist, kann man einfach ein ganz einfaches Gewicht nehmen. Ich in meinem Fall heute nehme den Körperbalsam. Ihr zu Hause könnt nehmen, was ihr hier habt, sei es eine Petflasche, eine Milchflasche, werdet kreativ dabei. Und ganz wichtig auch hier bei dieser Übung ist, dass man mit den Knie nicht über die Zechenspitzen auskommt. Bei dieser Übung machen wir insgesamt dreimal 15 Wiederholungen und auch hier schaut, dass ihr bei euch im Können bleiben und euch nicht übertut. Unsere zweite Übung bringt unseren Puls und unseren Körper in Schwung. Das ist der Mountain Climber. Und zwar gehen wir hier in eine Liegestützposition und achten dabei, dass unsere Hände schulterbreit hingestellt sind. Und jetzt ziehen wir nach und nach jedes jeweilige Bein an. Wir können das Bein schneller anziehen und dadurch die ganze Übung ein bisschen schneller und natürlich unseren Puls ein bisschen mehr in die Höhe treiben. Oder wir können es eher langsamer machen und dann geht es auch wieder mehr auf den Rumpf und auf die Schultern. Und was auch hier wichtig ist, wir haben auch eine Option, falls es in der Liegestützposition für gewissens anstrengend ist, oder man einfach auch so den Puls ein bisschen mehr aufbringen will. Dann kann man sich irgendein Bänkli suchen, einen Stuhl oder irgendetwas, wo man sich gut darauf abstützen kann. Auch eine Tischplatte ist geeignet. Und dort macht man die ganze Übung so ein bisschen in der weniger Schräglage. Aber auch hier kann man ein bisschen Gas geben beim Knie anziehen und dadurch den Puls aufbringen. Und da jeder hier bei dieser Übung unterschiedliche Anzahl Wiederholungen macht, je nachdem wie schnell man das macht, haben wir hier einen Zeitangab und zwar machen wir diese 45 Sekunden lang. Hey, ja, durchziehen! Puh, ganz schön anstrengend war heute. Nach so einem aktiven Workout verwende ich sehr, sehr gerne den Körperbalsam von Just, weil er einfach die Muskeln super entspannt und mich regeneriert für den nächsten Tag. Danke euch fürs Mitmachen und tschau zusammen! Puh, ganz schön an! 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 Untertitelung des ZDF, 2020